hallo na moin freunde was geht ab wir wollen jetzt endlich mal team galactic hier wegflexen reicht doch mit der bude hier oder was sie doppelkampf rein da linda und karate von regeln jetzt toby ins set mal gucken mal gucken was sie können vor allen dingen habe ich auch mal bock jetzt hier mal nie wie was der 13 hast du geist hat was ja das ist schon belastend ja ich weiß weil ja hier star avion schneckmager auch ich könnte jetzt nicht ein weg machen ja könnte aber ein problem haben dass der andere mein so was kann das war ein bedroher gekriegt aber ist mir egal weil es beide treffen sehr effektiv das ist gut er kann auch kein zentkoppelstoß aber er kann nebelball nebel weil der könnte auch gut wehtun also nebelball ist das einzige was er machen könnte latias ja und feuer feuerudern aber jetzt die frage also ein krieg trifft den krieg wahrscheinlich so raus mit spukball also du triffst mit dem step es ist ja ein step spukball von dem ganger ja und du bist vier level höher ja wie sind die wie sind denn die spätverteidigung von von latias ne latias ist mir in dem sinne erstmal egal weil die spätverteil 130 also er speziell ganz schön gut aufgebaut ja also ich drehe zählen wird nicht nur noch die zählen echt willst du nicht erst den legi weg bahnen das soll wirklich damit setzen was hat sind denn noch für attacken hat sette in der attacke um trifft die sehr effektiv zu treffen trifft zeppelin ist geist flug weil ich kann ja gleichzeitig hier trifft sie aufmachen das heißt ich habe und er hat die fähigkeit schwebe mit meiner botenattacke nicht kommen dann habe ich nur flug und flammburg also er ist geist flug und er kann 38 entfessler verzehrer bürde er kann stafette unheilböen verzehrer entfessler aber seine seine verteidigungswege sind einfach weg ja er hat nur kp also ich gehe jetzt auf latias mit ganger was der unheilböen ne trifft unheilböen beide ne ich glaube ich nicht ich gehe mit ganger aus das ist mir hier oder habe ich immer noch er wie mit eine eis attacke und kann ja okay so und set macht weil wenn jetzt egal welche attacke kommt und wir haben nur auf ganger ja ich hätte angst mal gucken was der flammburg jetzt macht der sollte gut wehtun nebenbei ist der nebenbei auf sein das ist dann schon mal okay und da kommt und das hätte ganger gut wehgetan gut aber gänge hätte wobei gänge auch gute spät verteidigungswerte hat aber sehr effektive attacke ja ich weiß was du meinst wir ziehen das jetzt hier nochmal durch flammburg der ist weg so jetzt kommt gleich erwin erwin ist ja meine sau er wie du bist mein schwein ein schweinchen namens erwin erwin ach ja ja fragt ja danke ja ich weiß auch nicht was hier jetzt gerade los ist das ist doch nur selfe der ist doch gar nichts los ich muss dir schon den zweiten regel bei hmmm erwin kann selfe irgendwas gefährliches erwin erwin selfe erwin das reicht uns nicht was kann selfe in der vierten gen level ach so ach so was jetzt alter der wills aber wissen hier oder die beiden wir hatten seah ein gähner sternstauer so ich muss hier mal eben sehr draußen wir hätten seah nein auf erwin frank hast du gerade hast du gerade julian bern in den nebel ball reingeworfen ja locker ich wusste was passiert alles predicted das wäre wer wäre das noch gewesen wer ist noch mit julian bern gepaart wer hat mir das gewesen wer hat mir das gewesen das wäre mein vm boy erwin 43 apropos wer der hat eine kieferattacke gut dass ich guck mal oder der hatte doch der hatte doch mittlerweile hatte er doch eine zornklinge ah ja der kommt rein noch noch erdbeben nehmen wir auch raus und dann gehen wir auf melissa guck mal hier alles mit cleverness ich habe erdbeben ich habe erdbeben gemacht bring jetzt tobi rein schwebe aha aha jetzt kommen hier die 200 die kuh er wie das auch nur bei ganger doch die schwebe hat so zornklinge melissa finde guck mal da 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 immer schön da weg und jetzt kommt gleich der server den brauche ich ja gar nicht doch den brauche ich weil ich habe keine attacke für auch gähner den attacken attacken der musste so wieder zum pausen er hat gerade gefaunert also er darf jetzt wieder angreifen zack selbe weg sauber da kommt er hier mit selbe unterwegs nur weil nur weil wir das gerade haben was jetzt surfer trifft erwin was hast du was hast du noch mit ganger für attacken spukball belassen nein weil ort hier wieder raus aus wenn hat jetzt nur die frage hält julian eine attacke von liter king aus und aber eigentlich müsste ich er hat auch nur noch 100 was könnten weil dort kann er eigentlich viel an oder weil dort kann doch immer nur einstecken oder nicht wollen wir da nicht mal huckel paris hier mal in den top werfen dass wir auch mal huckel im kampf sehen 38 amnesie von tränen aua lake und erholung also er hat nur zwei wasser attacken er wie wird jetzt geheilt gut und hatten auch keine verteidigung sandy komm ran das aber ich muss von tränen tun natürlich weh das ist genau mein ding ist das hier das ist genau mein ding was machen wir da jetzt am besten also wenn da muss ich sowieso rausnehmen weil der schläft ne wir gehen wirklich auf huckel wir gehen auf huckel und wir machen wir das war gar nicht erwin melissa machen wir einfach mal eben die finte und guck mal was passiert und sonst wechseln wir melissa gleich noch mal aus weil mit huckel mache ich gleich nämlich die egelsam und das dolmen erstmal auch entspannt runter und gucken was macht die finte vielleicht kann billes auch drin bleiben ist okay lake wird resisted huch so so hm okay ich nehme doch lieber die okay ich nehme linda und wir nehmen luke weil er hat nur speziell erwin erwin ist einfach die maschine so und dann machen wir mit luke machen wir zauberblatt und mit linda scheinung scheinung schon wieder ergeben so die lake ist okay sollte nicht viel machen und wir gehen einfach wir gehen einfach und geht mir geht er habe ich irgendwas fragen habe ich was verpasst er 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 hat er 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 Na ja, Zauberblatt hat eh gereicht. Noch fast drei Dinger. Hier ist eine Treppe. Links ist eine Treppe. Das ist in der Mitte. Okay. So, wollen wir mal gucken, was ich da für einen schönen... Meisterball, Meisterball, komm schon. Domfossil. Hast du auch ein Fossilfragen? Fokusband. Nee. Aber Marvin, du musst doch eine Sache klar sein. Ja. Die Meisterball gibt es noch. Die gibt es noch einmal, oder? Die gibt es noch einmal. Und wenn, dann in der Familie. Riesenperle. Ich habe wieder Geld verdient. So, ich muss ein bisschen heilen. Habe ich auch. Warte mal, ist das Sofa nicht so weit weg hier? Das Bett? 70.000 hast du? Ja, Joey Man war ihm dabei. Ich habe 105, alles da. Ja. Aber das Bett war doch eben hier in der Nähe, oder nicht? Da muss ich doch jetzt keine Tränke verschwenden. Ich habe Tränke verschwenden. Ah, hier, guck mal. Das ist doch. Treppe runter. Vollständig geheilt. Oh, jetzt kommt das. Jetzt geht es los, Frank. Da kommt der Aal. Ich muss verschlossen. Ja, ich weiß. Aber jetzt noch mehr. So, Freunde. Oh. Oh, super. Aber warum denn er? Haben die nicht noch irgendwie so einen Vorstandsmitglied? Was für Störte sie wissen? So. Wo sind Jesse und Jason? Was die machen? So ein Vorstandsmitglied. Oh, das ist doch schon wieder... Ja. Wenn der gleich wieder einen Relaxo hat, dann kriege ich aber auch Kratze. Wenn der gleich hier mit dem YouTube-Ail gekommen, dann habe ich aber dieses andere Belastende. Oder Rai Quasa. Alter, ich rede gerade schon viel. Das ist echt so, ne? Oha. Oh Mann. Oh Mann, und die Musik. Drei Stück. Drei hat er. Barsch war. Wie Pietis. Oh, das hat er keinen Grund. Okay, mit Wie Pietis kann ich eigentlich auch um. Der Bedroher ist schon mal nicht schlecht. Es wird zurückgeholt. Der denkt sich, huuuh, Barsch war, okay. Da muss ich erstmal... Level 46? Ist das das Stärkste? Dann gehe ich auf Luke.je. Bedroher ist gut. Aber... Macht nichts. Vielleicht kommt der Surfer. Leu, er hat einen Knirscher gedrückt. Er hat es predicted. Weiß ne? Reicht eine Psychokinese. Wie Pietis. Äh, was? Stimmt, ich mach mal Mikrotik. Wohl. Spukball. Vierte Gen. Wohl. Jawohl. Wohl. Scheiß Knirscher, ey. Das ist auch was ich gleich predikt habe. Pelipper! Der alte Vogel. Pelipper. Ich könnte jetzt einen Eichstalldrift neutral, weil er ist auch von viel Wasser, ne? Ich bin ja nicht. Ich mach nochmal. Ich bleib bei der Psychonese. Das ist einfach mega stark. Das muss auch wichtig sein. Oh, das reicht nicht ganz. Horta, ist okay. Spätzverteidigung steigt. Okay, nochmal bis zu... Top-Genesung! Er hat einfach noch ne Top-Genesung. Oh, ich hätte... Ach, Mann. Two-Shot. Nochmal. Nochmal rauf. Lycce, komm. Mach fertig jetzt. Drittes Pokémon. Wollen wir sehen. So, reicht. Lycce ist einfach so wichtig. Huckel Paris, Level 25. Sagt er. Ich komm. Ich bin auf dem Weg. Blätter-Tanz. Will ich nicht. Blätter-Tanz. Vielleicht kriegst du ja auch einen. Vielleicht gehört das dazu. Gut, dass wir eben nicht so gute Zweige gehabt haben. Mann, Gott. Bitte nur Legis. Nee, Blätter-Tanz ist doch wie Fugler nur mit Pflanzen. Mit verwirrt sein, ne? Und gelockt. Nee, mach ich nicht. Äh, nicht erlernen. So, letztes Pokémon. Dummiesel. Sadie. Der ist er wieder. Ich wollte gerade sagen, habe ich einen mit einer Kampfattacke, aber ich habe einen Nocce. Oh, du, oh nein. Dummiesel kann auch, kann der nicht auch Walzer? Okay. Bonicek, geht daneben. Himmel-Heap. Gleich Himmel-Heap ins Gesicht. Himmel-Heap, schick ihn in den Himmel. Oh, Männer, Erwin und ich sind jetzt eure Anführer. Jawoll, Volltreffer, artnicht gemeldet. Kann gar nicht gemeldet werden. Erwin. Ich möchte jetzt Lobeshymne über Erwin haben. Sehr gut, wir haben es geschafft. Wer so witzig, wenn ich jetzt hier was anderes kriege, ne? Wenn ich jetzt hier was anderes kriege, ne? Meisterball. Jawoll! Die nächsten Encounter, die werden aber geflext jetzt hier. Ich will sie alle haben. Oh, ja, den nehme ich gleich. Junge, ich habe... Aha! Ach, gleich, das ist ganz komplette Seentrio. Muss ich euch nochmal zeigen, wie das hier abgeht. Dann nimm den Teleporter in den anderen Raum. So, das ist ja hier auch wieder 3 Euro. Schon wieder Kampf? Ja. Hast du... Müssen wir heilen? Also ich bin... Voll gewesen. Ich mache lieber, auf Sicherheit. Oh Gott, und Epolyon. Ja, der ist richtig belastend. Weil ich habe nichts gegen den Podium. Den Teleporter im anderen Raum, den hier. Warst du hier auch? Ja. Okay, gut. Krampo-Behle. Level 42, ich weiß. Jetzt kommen die Vorstandsmitglieder hier, oder was? Furienschlag, Lake, Wasserdüse, Whirlpool. Oh, danke. Okay, wollen wir gucken. Mal gucken, Leute. Oh, ich dachte, wir sind jetzt hier durch und jetzt kommen wir noch so... Champion Stacy mit Maxi. Also, der hat eine Boden- und eine Kampfschwäche. Und eine Elektroschwäche. Ja. Boden und Kampf hat kein Erwin. Aber Wasser. Kann aber halt auch... Eine Wasserdüse, eine Lake, Fugelschlag und noch irgendein. Also alle, die Kampfattacken bei dir können, haben eine Wasserschwäche. Ja. Ja, Razer. Time to shine, würde ich sagen. Auf Level 21. Hat Razer überhaupt schon eine Elektrosattacke? Hat er? Ja. Geil. Aber, ganz ehrlich, da kommt ein Whirlpool, da kommt eine Wasserdüse, eine Lake und ein Fug. Ich glaube nicht, dass Razer sagt, da teile ich aus. Also ist das ein Problem jetzt? Ja, ein gewaltiges. Oh, oh, Metronom. Kaxler. Das ist ein gewaltiges Problem. Sandy wird auch sehr effektiv getroffen. Ja, ja. Entschuldigung, Bam wird sehr effektiv getroffen. Erwin. Oh Gott, also du kannst nur mit Tobi. Ja, und meine Geist-Attacke trifft nur neutral. Der Spukball. Oder Spukball hat er, ne? Spukball. Aber es ist ein Step-Spukball von dem Jenga. Ja, und seine Spezial-Däffensiv ist trotzdem gut. Dann mach doch erstmal Komfus-Strahl. Ja, aber die... Oh, wow. Komfus-Strahl auf Reudig. Ja, aber... Und dann Spukball. Wenn er jetzt durchkommt und... Dann sehen wir ja, was passiert. Ja. Der kommt nicht durch. Siehste, kommt nicht durch. So, und jetzt kommt ein Spukball. Jetzt reicht das. Nein, du lernst in Gottes Ohr. Ja, guck mal hier, wie der Spukball flext. Oh, du... Ja, hab ich gesehen. Nicht sehr effektiv, hast du gesehen? Hä? Aber der ist doch... Da steht... Ja, guck mal, was da unten steht. In Gen 4. Oh, für mich gesehen. Das heißt, du hast... Nix. Gegen ihn. Ich... Bin am Arsch. Du bist echt am Arsch. Hat 84 speziell. 360 speziell. 72. 49. 41. Was hat er noch für Wasserattacken? Larkl? Larkl, Whirlpool, Wasserdüse und Führenschlag. Oh Gott, der hat ja nur Attacken zum Aus... Also zum Auszeilen. Oh. Und das war jetzt eine Larkl. Ja, scheiße. Und wenn ich rauswechsel, muss ich auf jeden Fall eine Attacke tanken. Und egal welchen ich rausswitche, jeder wird sehr effektiv getroffen. Mhm. Sehr effektiv. Nicht nur. Was kann er für Attacken? Kann er es paralysieren? Funkensprung? Was macht die Wasserdüse? Was macht die Wasserdüse? Oh, okay. Alles klar. So, aber jetzt kann ich wenigstens mit Sert reinkommen. Das war's mit Hochdüse. Und? Außer er macht jetzt Wasserdüse. Das ist die Prio, ne? Ja. Aber ich kann... Kannst du auch aus Fähre drücken? Ja. Ich muss. Oh. Jetzt muss ich aber auch... Die muss jetzt, die muss jetzt böllern. Die muss jetzt richtig böllern. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Lake. Komm schon! Zett! Maschine! Maschine, 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 Maschine! Ja! Er hat aber ja die Wasserdüse. Ja. Oh nein. Gengar hat noch über die Hälfte. Ja. Von Lake. Von Lake. Wasserdüse ist eine Prio, die hat weniger. Ja. Er wird jetzt Wasserdüse drücken. Aber wenn er zweimal hintereinander Wasserdüse drückt, hat Gengar halt auch keine Chance. Ja, ja, klar. Das Problem wird sein, es wird noch ein... Einer könnte noch sterben. So, aber Wasserdüse ist ja physisch. Wasserdüse ist physisch. Lake ist speziell und weaponisch. Das war jetzt eine Lake. Ja. Das war auch Lake. Ne, das war eine Wasserdüse, oder? Wasser, das war eben... Ne, das war jetzt Lake. Na. Wenn er jetzt eine Wasserdüse macht, die physisch ist, könnt ihr... Ich weiß nicht, ob Erwin das tankt, weil Erwin ist ja noch eisresistent, aber kein Wasser. Ja. Anders von mir. Aber Erwin hat die beste Verbreitung mit Sandy zusammen. Aber Sandy wird halt auch sehr... Egal, was ich mache, es steht vielleicht einfach nur. Das heißt, was willst du jetzt machen? Am liebsten aus Sandy raus, Zett heilen. Oder Tobi heilen. Ich würde am liebsten heilen. Aber wenn ich jetzt hier heile und eine Wasserdüse kommt und die krittet, ich weiß halt nicht, wie viel die macht. Aber ich habe auch drei Boden-Pokémon. Ich gehe auf Sandy raus und muss Zett heilen. Wir werden hier den zweiten Erkranker vielleicht nehmen. air fängt jetzt an zu haaren. Ah, das ist sehr belastend. Jetzt kommt die Wasserdüse. Was macht jetzt? Sandy, Sandy, Sandy! Sandy ist physisch. Maschine! Über die Hälfte. Er hat noch über die Hälfte, das ist gut. Ja. das heißt er tankt noch eine wasserdüse wenn er eine wasserdüse drückt flunkiefer ist gerade ein bisschen belastend weil flunkiefer nämlich eine eisenabwehr hat flunkiefer ist ein bisschen belastend ja 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 den gedanken hatte ich auch gerade als ich im podium gesehen habe und auf level 44 hat er eisenabwehr knirschen jetzt ist die frage zet heilen oder tobi heilen das ist nix mehr wie schnell ist ein podium ein podium hat base 60 60er base ja sandama 65 zertrümmerer ich habe die wasserdüse ach scheiße die wasserdüse die tankt ab aber die tankt ab oh jetzt kommt er jetzt kommt der ding also wenn jetzt noch ein wasser pokémon kommt ich bin völlig am armen auch wasserstahl ist halt so hart belastend ich hab nix gegen wasser weil du mein lieber herr ja also ja ok aber es ist nügendwo scheiß eisenabwehrmann trotzdem ist es total schissen wenn jetzt wieder eine wasserattacke kommt bern komm ok jetzt muss ich wirklich auf den bern offen hier aber ich kann auch ich kann auch nicht raus wechseln soll doch das glück vertraut und spukball drücken du bist doch schneller ja der spukball böllert wohl hydropie weg hab ich auch eben gesagt das ist nüchel ok bei den glück du hast gerüstet ja ok also wenn er jetzt mit einem habe ich die berlin wo leben wir denn hier ja moin hau denn sonst in die hydropompe reinwerfen? Ich wollte Gengar heilen. Und dann sagst du aber die Übungen. Ja. Wie war der gepaart? Mit Lycee, nein! Können wir das bitte rückgängig machen? Och mann. Also ganz ehrlich, das ist doch die Frechheit pur. Scheiß hydropi. Mann ey, ist das belastend. Ich hab schon richtig Lust auf das nächste Wache-Pokémon. Da hab ich nämlich dann gar nichts zu tun. Tja. Ist das belastend. Ach mann. Ja, warum bin ich so stark? Ja, das hab ich mir auch gedacht. Oh mann, das ist doch jetzt scheiße. Als ob. Ich kann das gar nicht glauben, dass ein scheiß hydropi ist. Es ist ein fucking Gengar gewesen. Mit einem Snap-Spukball. Und hydropi denkst du, joo, die überlebe ich. Da gibt's doch keine zwei Meinungen, die überlebe ich mit 2 KP. Oh mann. Und dann natürlich, hydropumpel trifft natürlich instant. Kein Problem. Nee, die erste ist vorbei gegangen. Die erste ist vorbei. Achso, ja. Gut. Das wusste ich nicht. Oh mann, mann, mann. Das ist doch belastend ey. Jetzt muss ich mein Gardeboot geben. Naja. Zumindest haben wir jeder ein Meister bei. Zwei. Zwei. Du hast zwei. Das heißt, wir können uns tolle Sachen fangen. Oh mann, ist das zum Kotzen ey. Hallo Gengar, willkommen. Und Kinoso auch weg. Oh mann. So, das heißt, können wir irgendwas Neues mitnehmen? Auch spontan schon mal? Hm. Nee, ne? Ach nein. Nein. Ist das jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich soweit? Ich weiß nicht, mit wem den, Obdino? Der ist unlicht. Also mein, mit Dings. Mit Kirito. Aber theoretisch. Dann kannst du den Anna wieder nicht mehr nehmen. Das heißt, ich muss ins Blacks mitnehmen? Du kannst. Ich kann ins Blacks mitnehmen. Aber das Ding ist halt... Wack sein Urgroßfaller. Du hast ein paar tolle TMs jetzt gekriegt. Damit kannst du nicht. Selbst die bringen mir ja nicht weiter. Ja. Und sonst, weil Reiser ist womit noch? Das ist Eis. Und das du Schmerbel. Ja, und Eis habe ich im Team. Ja. Stimmt. Ich guck einfach mal was. Du vielleicht kannst, Ghost? Ach, Ghost? Giftgeld? Ja, okay. Dann nehm ich Blacks mit. Vielleicht kann der ja ne Attacke. Es ist wirklich... Blacks! Der Moment ist gekommen! Flexen jetzt! Der wird 25, weißt du? So! Tiefschlag! Ich weiß... Wartet, war Blacksie auch der, der jetzt Surfer konnte? Ich brauche hier ein neues Surfer-Pokémon. Kraftreserve! Auch nicht! Alles klar! Schlammbombe! Surfer! Ach, er kennt die Attacke schon! Stimmt ja, der war er! Schlafbombe kann ich! Warte kurz! Hatt ich nicht das belastendste Wesen überhaupt? Ach so! Oh, da muss ich auch erstmal... Da muss ich ja auch erstmal nachgucken! Robust! Kaut sich! Robust ist neutral! Neutral! Kaut sich ist ganz gut! Also, da brauch ich auf jeden Fall... Ich hab einen Sonderbonbon noch, dann können wir schon mal ein Saftkorn hier flexen. Geil! Oh man, aja! Ich hab ne physische Attacke! Bringt mir alles! Überhaupt nichts! Und Schlamm! Plex! Plex entwickelt sich! Geil! Geil! Das ist auch das Letzte, was wir heute machen! Guck dir das mal an! Erstaunt nicht! Ja! Danke, dass du mir dann noch ein bisschen Arbeit machst, wenn ich das Video schneiden soll! Was? Mit der Entwicklung! Ja! Ach du... Sonst gehst du da wo noch hin! Sonst hättest du das im nächsten Part machen! Bestimmt! Weil... Mein PC mit umso mehr Bildern ist immer besser zu sein! Das war richtig! Du sagst aber auch immer, wenn es zu spät ist, ne? So, Freunde! Ja! War ein toller Part! Hat Spaß gemacht! Muss ich auch sagen! Ich fang an zu speichern! Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde! Halt die Haare! Auf Wiedersehen! Ciao! Ciao! Ciao!